Wir begrüßen heute das Frühjahr und eröffnen mit unserer neuen Frühjahr-Sommer-Kollektion die neue Saison Frühjahr-Sommer-24. Ich sage mal, Mode darf nicht langweilig werden und das machen wir schon über 20 Jahre. Und ja, was ist ein Highlight? Der Sommer ist bunt, so wie das Frühjahr jetzt schon bunt ist und so spiegelt sich das auch in der Konnexion wieder. Oder unser Geschäft ist immer offen und einfach mal vorbeikommen und sich inspirieren lassen. Ich sage mal, Mode darf nicht langweilig werden. Und ja, was mein Herr, ich kenne diese Kräutung beim Rücken, sondern wir in meinem Rücken können auch auf den Regen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020